Maximilian I. Maria Michael Johann Baptist Franz D. Paula Josef Caspar Ignatius Nepomuk war bei Regierungsantritt im Jahre 1799 als Maximilian IV. Zunächst Herzog von Bayern, Pfalzgraf Bayrain, Herzog von Jülich und Berg sowie Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches. Durch ein Bündnis mit dem Napoleonischen Frankreich stieg er ab dem 1. Januar 1806 zum ersten König des Königreichs Bayern auf. Bei seinen Untertanen wurde er mit der populären Kurzform seines Namens König Max genannt. Herzog und Kurfürst Maximilian Josef stammte aus einer Pfälzer Seitenlinie der Familie der Wittelsbacher und wurde in Schwetzingen bei Mannheim geboren. Seine Eltern waren Friedrich Michael, Herzog von Pfalz, Birkenfeld, Bischweiler und Maria Franziska Dorothea von Pfalz, Sulzbach. Maximilian Josef kam nach dem Tod seines Vaters in die Obhut seines Onkels Herzog Christian von Zweibrücken. Seine Mutter war ob ihres losen Lebenswandels verstoßen worden. So wuchs er in Frankreich, vor allem in Straßburg auf, wo er später auch oberst im Korbstalsass der französischen Armee war. Ursprünglich nicht zum Thronfolger vorgesehen, erbte Maximilian 1778 die Grafschaft Rappoldstein. 1781 wurde er Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1795 erbte er von seinem verstorbenen Bruder Karl II. August das Herzogtum Pfalz Zweibrücken, welches aber von der französischen Revolutionsarmee besetzt war. Er wählte das damals preußische und nach dem Frieden von Basel neutrale Brandenburg-Ansbach zu seiner Exilresidenz. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Maximilian von Monschillas plante er bereits weitreichende Verwaltungsreformen. Nach dem Tod des bayerischen Kurfürsten Karl Theodor wurde Maximilian Josef als nächster Verwandter und entsprechend der Wittelsbacher Hausverträge. Im Jahre 1799 als Maximilian IV. Josef dessen Nachfolger in allen Gebieten der Wittelsbacher, Maximilian Josef verlegte 1800 die Bayerische Landesuniversität von Ingolstadt nach Landshut. Im selben Jahr verlor die Bayerische Armee an der Seite Österreichs die Schlacht von Hohenlinden gegen das napoleonische Frankreich. Im Frieden von Luneville 1801 musste Maximilian Josef auf seine linksrheinischen Besitzungen verzichten. Damit verlor er die linksrheinischen Teile der Kurpfalz und das Herzogtum Jülich. Als Ausgleich konnte Bayern jedoch sein Staatsgebiet durch die im Reichsdeputationshauptschluss 1803 verfügte Mediatisierung und Säkularisierung erheblich erweitern. Allerdings verlor es 1803 den noch verbliebenen rechtsrheinischen Teil der Kurpfalz an Baden. Seine französische Erziehung, Annexionsbestrebungen der Habsburger und die Dominanz der Armee Napoleons führten unter seiner Regentschaft zwischen 1805 und 1813 zu einer engen Anlehnung Bayerns an das napoleonische Frankreich. Der Niederlage Österreichs in der Dreikeiserschlacht von Austerlitz folgte der Friede von Pressburg, der unter anderem die Abtretung von Tirol und Vorarlberg an Bayern beinhaltete. Im März 1806 trat Maximilian Josef das rechtsrheinische Herzog Thunberg im Tausch gegen das Fürstentum Ansbach an Napoleon ab. König von Bayern Bayern wurde 1806 unter dem Minister Maximilian Graf von Monchillas zum führenden Mitglied im Rheinbund und Bündnispartner von Napoleon. Für seine Bündnistreue wurde Bayern durch den französischen Kaiser im Frieden von Pressburg zum Königreich aufgewertet und Max Josef am 1. Januar. 1806 in München als Maximilian I. Josef zum ersten König Bayerns erhoben. Seine Tochter Auguste Amalia Ludovica heiratete am 13. Januar 1806 Eugene Debeauhanaisch, den Stiefsohn Napoleons und designierten Erben der französischen Kaiserkrone. Der König gilt mit seinem ersten Minister Monchillas als Schöpfer des modernen bayerischen Staates. Maximilian und sein Minister Monchillas schufen eine effiziente Staatsverwaltung für das vergrößerte Bayern. Sie teilten das Land in acht Verwaltungskreise ein und verwalteten es durch ein neu geschaffenes Beamtenwesen. Sie führten die allgemeine Schulpflicht ein und schufen durch Vereinheitlichung von Maßen, Gewichten und Währung sowie durch die Abschaffung der Binnenzölle und des Zunftzwangs einen einheitlichen Wirtschaftsraum. 1808 gewährte Maximilian I. Josef Bayern zudem eine erste Verfassung. Die politische Anlehnung an Frankreich hatte letztlich einen hohen Preis. 1812 mussten 30.000 bayerische Soldaten Napoleons Feldzug gegen Russland mit dem Leben bezahlen. Maximilian I. Josef hatte daraufhin am 8. Oktober 1813 noch zehn Tage vor der Völkerschlacht bei Leipzig durch den geheimen Vertrag von Räti Kooperation mit Napoleon aufgegeben und war eine Verbindung mit Österreich eingegangen. Bayern, das 1805 bzw. 1810 durch Tirol und Salzburg erheblich erweitert worden war, konnte auf dem Wiener Kongress 1814 die Abtretung dieser Gebiete an Österreich durch den Erwerb fränkischer und schwäbischer Bezirke sowie die in Besitznahme einer aus Teilen der alten Kurpfalz und anderer Territorien neu geschaffenen linksrheinischen Pfalz kompensieren. 1817 setzte Kronprinz Ludwig, der schon lange die Politik seines Vaters kritisierte, den Sturz des Ministers Monschelas durch. Die vom König geprägte Verfassung des Königreichs Bayern von 1818 sollte bis zum Ende der Monarchie 1918 genau 100 Jahre lang in Kraft bleiben. Von nebenstehendem Gemälde Moritz Kellerhovens gibt es zwei Versionen. Bei der älteren von 1809 stützt sich der König neben der Krone auf die Tischplatte. In einer späteren Version des Malers 1819 stützt sich der Monarch mit der Hand auf die Verfassung. Die Neugestaltung Münchens übertrug der König dem Baumeister Karl von Fischer, der von Emanuel Josef von Herigoyen und Gustav von vorher abgelöst wurde. 1808 gründete er die Akademie der Bildenden Künste München. 1818 erbaute Maximilian für Prinz Karl die Garterburg in Pasing. Auch das National Theater in München geht auf ihn zurück. Im Sommer 1825 zeigte sich ein merklicher Rückgang seiner körperlichen Kräfte. Maximilian I. Josef starb am 13. Oktober 1825 im Schloss Nymphenburg und wurde in der Theatiner Kirche in München beigesetzt. Sein Herz wurde getrennt bestattet und befindet sich in der Gnadenkapelle von Alterting, Ehen und Nachkommen. Maximilian Josef heiratete am 30. September 1785 in Darmstadt Prinzessin Auguste Wilhelmine, Tochter des Landgrafen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt und dessen Gattin Gräfin Luise von Leiningen-Heidesheim. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, Ludwig I., Karl August Lemniskarte 1810 Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, Auguste Amalia Ludovica Lemniskarte 1806 Vizekönig von Italien, Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt, Amalia Marie Auguste, Charlotte Auguste Caroline, Lemniskarte 1808 bis 1814 König Wilhelm I. von Württemberg. Lemniskarte 1816 Kaiser Franz I. von Österreich, Karl Theodor Maximilian August, Lemniskarte 1823 Mariana-Sophie de Petin 1823 Freifrau von Beiersdorf, Lemniskarte 1859 Henriette Scheller 1859 Freifrau von Frankenburg. Nach dem Tod seiner ersten Frau schloss Maximilian Josef am 9. März 1797 in Karlsruhe eine zweite Ehe mit Prinzessin Caroline Friederike, Wilhelmine, Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden und seiner Gattin Prinzessin Amalie Friederike von Hessen-Darmstadt. Bis auf den späteren König Ludwig I. kamen alle Kinder mit der Stiefmutter gut zurecht. Aus der zweiten Ehe gingen acht Kinder hervor, Sohn Maximilian Josef Karl Friedrich Elisabeth Ludowica Lemniskarte 1823 König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, Amalie Auguste Lemniskarte 1822 König Johann I. von Sachsen, Maria Anna Leopoldine Lemniskarte 1833 König Friedrich August II. von Sachsen, Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine Lemniskarte 1824 Erzherzog Franz Karl von Österreich, Ludowica Wilhelmine Lemniskarte 1828 Herzog Max Josef in Bayern, deren Tochter Elisabeth Sisi, heiratete Franz Josef I., Kaiser von Österreich und König von Ungarn, Maximiliane Josefa Caroline. Denkmäler und Andenken Maximiliansbrunnen in Bamberg erbaut 1880 von Ferdinand von Miller Max Josef Denkmal auf dem Max Josef Platz in München Nach einem Entwurf des Berliner Bildhauers Christian Daniel Rauch gegossen von Johann Baptist Stiegelmeier feierlich enthüllt am 13. Oktober 1835 Büste im Kurgarten Tegernsee Büste in der Seeanlage Rottach-Egern Büste am Weißenfeldplatz in Neumarkt in der Oberpfalz Denkmal mit Büste im Maximilianspark Max Platz in Amberg Bronze Standbild auf dem Domplatz in Passau Im Volksmund Regenprüfer genannt Mexkirche Pfarrkirche in der Karlstadt von Düsseldorf Max Josef Stift Gymnasium in München Obelisk im Bienenwald bei Kandel mit der Inschrift dem Besten der Könige Büste im Garten des Schlosses der Herzöge von Pfalz Zweibrücken in Zweibrücken Die Ortschaft Maxdorf in der ehemals bayerischen Rheinpfalz wurde 1819 nach König Maximilian I. Josef benannt Es gibt dort eine Meckstraße und das Gemeindewappen zeigt die bayerische Königskrone mit den weiß-blauen Rauten Weiter wurden nach ihm die Anfang des 19. Jahrhunderts gegründeten Dörfer Untermaxfeld und Obermaxfeld im Donau Moos benannt Ebenso ist der Münchner Stadtteil Maxvorstadt nach dem ersten Bayernkönig benannt Der von König Maximilian I. Josef 1806 gestiftete Militär Max Josef Orden trug seinen Namen und sein Monogramm M.J Er war bis zum Ende der Monarchie die höchste bayerische Militärauszeichnung Ihre Träger erhielten zusammen mit dem Orden auch den persönlichen Adelstitel eines Ritter von Und hießen umgangssprachlich Max Josef Schritter Bis zum Ende der Monarchie schmückte das Konterfei von König Maximilian I. Josef auch die bayerische Tapferkeitsmedaille Die höchste Militärauszeichnung für Nicht-Offiziere Bei Watten wird der kritische Herzkönig nach ihm Max genannt Bilder